Alles, was ihr hier seht auf dieser ganzen Litfa-Säule, Turnier 2021, Reinhard May, schon kopfüber. Und nicht mal Alkohol ausprobieren. Könnt ihr knicken, die werden nie kommen, die werden nie kommen, weil ab jetzt war es das, eure Kultur ist tot. Warum? Weil ihr sie tot gemacht habt. Die Linie gesagt, ihr Maskenträger da draußen, ihr, die ihr nichts hinterfragt habt, ihr habt uns das angetan. Ihr habt von uns alles genommen und ihr seid im Begriff, das zu tun. Und ganz ehrlich, ich kann es nicht anders sagen, ich verachte euch dafür, wie wenig ihr mitdenkt und was ihr angerichtet habt und glaubt mir, ihr seid das, die das gemacht haben. Weil ihr habt nichts hinterfragt, ihr seid nicht aufgestanden, ihr seid nicht rausgekommen und ihr habt von heute und bis heute von Schutten und Blasen, keine Ahnung, ich habe null Respekt für euch. So sehen sie aus, diese Menschen, die tragen draußen Maske, obwohl die Brille beschlägt. Und dann läuft es rum und denkt, da tut was gut ist. Das ist unfassbar, unfassbar. Ich kriege hier einen Wuteanfall live on air. Aber gut, das wäre ja nicht zu gut. Ich lasse mich mal für euch. 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 Ich lasse mich mal für euch.